Hey, hey, hey! Willkommen zurück bei Call of Duty 2. Wir machen weiter mit den Russen. Geht richtig ab. Stalingrad, immer noch. So. Mal schauen, was uns heute erwartet. So, wie es aussieht. Scharfschützen. Uah, Metzl, 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 Metzl. Juhu. Hey, willst du zuhören, was die labern? Heftig, ey. So, und jetzt? Ah. Oh. Vassili, das Scharfschützengewehr. Gut, warten Sie jetzt, bis Pavel seine Aufmerksamkeit weckt. Pavel, los! Ja, Genosse. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo war der? Zweiter Stock, linkes Gebäude. Oh, da ist er. Na warte, ich krieg dich. Er ist tot. Guter Schuss, Genosse. Gut gemacht, Vassili. Und jetzt weiter. Wir müssen noch den Rest des Rathauses sichern. Wir nahen. Gut, wir kommen mit. Will ich sie mitnehmen sollen? Ich nehme sie mal mit, vielleicht braucht man sie ja noch. Wow. Und? Was geht jetzt? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Sichern Sie den Westflügel des Rathauses. Ist doch. Oder nicht. Hallo Leute. Hier ist einer von mir. Na ja, von wegen, ey. Wollte ich mich gerade einig zentrieren, ne? So. Schönes Massaker. Dein Feld. Schiffgeschoss gesichert. Oberster Stock sicher. Alles sicher. Alles sicher. Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen. Jo, mach ich. Mach ich. Mach ich. Der Angriff beginnt. Oh, da schreie jetzt er aber. Heieieieiei. Ey, ich hab den getroffen. Beidee. Oh. 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 Oh shit. Wow. Wow. Oh man, du schich gegen die Mauer. Hallo, du schich gegen... Na, egal. Ich sag nichts. Hm. gut, wie geht die Munition aus? Wo ist das? Wo ist das? Da. So, das war's. Wo? Da. Ihr Säcke. Das war üblich. Da ist ein deutscher Job. So, schieß ich hin. So, schieß ich hin. Nein, nein, nein. Scheiße. Ah! Lass mich. Wurscht MG 42. Oh, 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 oh. Immer noch. Au. Ei, ei, ei. Oh. Schalterstock. Ah, ha, ha, ha. Jo. Mach ich, mach ich, mach ich. Wo ist sie? Geh weg, 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 weg. Geh weg! Geh weg! Wo ist es? Da. Mal ein bisschen Slash. Jetzt kommt. In der Nähe des Brunnen! Scheiße! Habt ihn doch getroffen, oder? Ja. Na? Hörst du wohl? Jetzt hab ich. Hi, jetzt. Boah, was macht ihr hier? Ah, das ist doch... Ah, man. Das ist stressig hier. Ah, man hält mich nicht umsonst. Rambo. Ah. Ja, ich mach ihn schon. Ja. So, haben wir alle? Oh. Oh. Scheiße. Fatz, fatz. Jetzt. Eine übrig. So, aber jetzt. Au, 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 au. Au, au. Dies. Die kommen von allen Seiten. Ich weiß nicht, wie ich sie schaffen soll. Ja. 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 Wir tauchen doch echt nix, ey. Ja. Jetzt kommt einer. Super. Machinengewehr. Mg 42. Nördlich von uns. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja. Ja. Ja, 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 bin schon dabei. Mg 42 Schütze auf dem Weg zu fronten. Ich bin direkt dahinter. Hier nachs Tor. Bist eine Mg 42. Auf scheiße. Mg 42 Schütze. Ja. Rotes Gebäude. Zürme. Da kommen sie mal rein, oder? Ihr Säcke. Ich muss nachladen. Wo ist es, halb geht ein Fahrzeug. Oh, das steht schon hier. So, das war's. Boing! Ey, ich schütze immer noch ganz. Ich hole mal wieder mein Scharfschützengewehr. Wo ist es? Es ist weg. Nee, da ist es weg. Deutsche dahinten, im Nord-Osten. Ah. Maschinengewehr, GG 42, in der Nähe des Brunnes. Au! Ziel erfüllt. Zaun sie ab. Ja, folgst du den Ziel rein. Was für ein Stress. Aber geile Mission. Heute scheinen wir noch mal Glück gehabt zu haben. Jedenfalls bis jetzt. Na klar. Ha. Wär doch gelacht. Wurstkampagne abgeschlossen. Yeah, Leute. Geil. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao. Auf, auf. Mario.